Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Geisterjagd in Vazbovuvia. Ich bin Flex, schön, dass ihr mit mir auf der Jagd seid. Heute bekommen wir es mal wieder mit einem der gefährlichsten und aggressivsten Geister zu tun, der sich im Edgefield Street House eingenistet hat. Unsere Aufgabe, diesem aggressiv gefährlichen Geist zu enden, stellen Sie die Anwesenheit eines Geistern anhand eines Bewegungssensors fest. Reigen Sie im Bereich, in jedes Geister mit Räucherschimpien. Und, warum steht das immer noch drauf als letztes? Hindern Sie die Geister, mit einem Kruzifix daran, sie heimzusuchen. Unser Geist ist Patricia White. Patricia, wo ist dein Generator, Patricia? Warum ist der im Keller, Patricia? Warum ist so ein super gefährlicher, aggressiver Geist? Warum hast du einen Kruzifix-Auftrag? Warum sind wir hier? Schlüssel haben wir, Taschenlappe nehmen wir mit. Fotos nicht dabei, ne? Ne, Bewegungssensor, Räuchern, Kruzifixen. Dann nehmen wir mit, noch ein EMF. Wollen wir gleich ein bisschen lauter machen hier. So, und, äh, Thermometer nehmen wir mit. Auf geht's, Schlüssel habe ich, Taschenlappe habe ich, die Thermometer habe ich. Alles dabei, kein Problem. Los geht's. Patricia White, aggressiv gefährlicher Geist. Aber nicht gleich von Anfang an, sondern erst im Laufe, ne? Der Laufe der Zeit. Ne? Erstmal gucken wir mal ganz kurz rum. Schon mal ein bisschen lauschen. Da hat sich schon irgendwas bewegt. Ich glaube, Patricia legt es schon wieder gleich los. Hier ist nix. Da steht schon mal nix auf dem Schrank. Irgendwo hier hinten. Hat sich irgendwas wieder dabei? Ne, der war es nicht. Okay, wir machen... Aber hier gleich. So, es kam doch gerade schon die 20 hier kurz. Hallo, hallo. Wir sind... Lass uns doch erstmal im Keller verschwinden. So. Super. EMF 5 schon gleich. Nur die schlimmsten Geister machen gleich EMF 5. Schon richtig angekündigt. Als eine. Nach oben gehen die Türen auf. Mach das Licht an. Guck einmal kurz durch den Keller. Nix hier. Guck schneller durch den Keller. Noch schneller. Okay, das war gut. Hier auch. Moment, ist die Tür hier offen? Höh. Schrank ist frei. Zur Not könnten wir hier runterlaufen. Alles klar, erst mal wieder nach oben laufen. Hallo, hallo. Erstmal schnell zurück. Licht an. Licht an. Licht an ist immer wichtig. Ganz schnell Licht an. So. Okay, gucken. Fliegt hier irgendwas rum? Nee. Die Tür ist jetzt auch noch offen. Video Board. Ist jetzt Licht ausgemacht in der Küche. Warum? Lass das an. Jetzt ist es gleich wieder ausgemacht. Okay, die ist schon mal super aktiv. Ich will nach Hause. Mach die Tür auch zu. Vor allem jetzt, wo ist es unterwegs? In der Küche? In dem Zimmer? Oder hier hinten aus der Kammer? Wir hätten, wir könnten, wir hätten, wir könnten Reacher Board fragen. Mach mal kurz. Ich will nach Hause. Jetzt hat es auch gleich einen Generator ausgemacht. Ähm. Ja, ist, ist super. Ist ganz toll. Lauf runter. Wir müssen erst mal gleich einmal raus hier. Einmal raus hier. Gucken, wie es uns überhaupt geht. So. Mach das nochmal an. Ich würde aber sagen, es geht uns gar nicht gut. Es geht uns gar nicht gut. Tür zu. Rauf, 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 rauf. Rauf, rauf. Patricia, lass doch mal das Licht an. Für, für ein Momentchen. So. Äh. Hier. Kurz. Gucken nochmal ganz kurz. Neun Grad. Zehn Grad. Neun. Das gibt's gar nicht. Das gibt's gar nicht wie hier raus. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Nicht wieder von der Nase zu klappen. Warum? Warum? Warum können wir nicht mal ein paar Sekunden... Guck mal, guck dir das an. Licht anhaben. Ähm. Was machen wir jetzt? Was machen wir jetzt? Das Ouija-Board versuchen zu fragen. Aber das ist super riskant. Super gefährlich. Vor allem, weil ich hab extra nur... Zwei Sanity-Pillen mitgenommen. Weil die ja in den Kommentaren schon aufgestimmt haben. Und immer weniger Sanity-Pillen. Deswegen hab ich jetzt extra mal nur zwei mitgenommen. Dann kann ich nur weniger nehmen. Ich hab schon wieder den Drang. Aber nee, nee. Wir haben nur die zwei jetzt. Nächstes war nehm ich gar keine mit. Dann kann ich gar keine nehmen. Man dauert die Jagd wahrscheinlich nur fünf Minuten. So. Was machen wir jetzt? Wir nehmen das mit rein. Wegen die Türen. Und. Risiko. Auf geht's. Kann schon nix schief gehen. Ist ja nur das Licht andauernd aus. Überhaupt. Und E-MF 5 haben wir schon gehabt. Das können wir schon mal eintragen. Okay, wie ist es der? Oh, der Dämon ist raus beim E-MF 5. Das ist gut. Der Revenant auch. Äh, wir kommen mal rein. Patricia, wir sind noch mal ganz kurz in der Küche. Moment, erst mal kurz gucken. Vielleicht haben wir noch Glück. Aber ist, glaube ich, schon zu lange her jetzt. Ja, ist zu lange her. Kannst du noch mal eine Tür bewegen? Und was willst du noch mal eine Tür bewegen? Patricia White. Frag mal so. Bist du hier? Wie alt bist du? Und was willst du? Nein, 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 nee, 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 nee. Was machen wir denn diesmal aus? Fahrer? Ja, musst du nicht noch irgendwo hin? Weil wir könnten auch dann... Bewegungssensor räuchern. Kruzifix. Äh, weh, weh, weh. Und Geisterbox. Die Zwillinge Gespenst Spirit. Oh, Spirit hatten wir lange nicht. Gespenst auch nicht. Okay, aber das war schon echt Aktivität, schon war schon irgendwie in mehreren Bereichen. Äh, weh, 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 weh. Die nehmen wir mal ein Fotoapparat mit rein, können wir schon mal das WeChat-About fotografieren und wir nehmen mal hier... Achso, die hab ich jetzt raus. Ich will jetzt mal einen Kruzifix mit reinnehmen. Sie hat auf jeden Fall in der Küche gesagt, einem hier. Brauchen wir das WeChat-About jetzt gar nicht mehr fragen, können wir nur ein Foto von machen? Wir müssen unbedingt auch nochmal den Generator anmachen. Ja. Ganz ruhig, ganz ruhig. So, eins schon mal hier. Und, Foto vom WeChat-Board. Da ist es. Haben wir. Alles klar. Können wir vielleicht nach Hause fahren. Wir haben schon ganz viel gemacht. Wir haben schon zwei Beweise und ein Foto. Erstmal nochmal ganz kurz den Keller. Wirklich, die Schränke hier unten sind versteckend frei. Puh. Okay. Rein hier. Da ist an. Mal sehen, wie lange er diesmal hält. So. Na, kaum hier oben licht wieder aus. Ah, es hält ein bisschen länger diesmal. Okay. Okay, zweites Kruzifix irgendwo in die Küche geschmissen. Da müssen wir gucken, ob wir das überhaupt machen. Küche ist so groß. Wir könnten nach oben flüchten dann. Mit genug Räucherstäbchen. Das wäre noch besser. Okay, ein Räucherstäbchen müssen wir auch schon verbrauchen. Nochmal rein. Nochmal rein mit Taschenlampe für Fingerabdruck jetzt nochmal mitnehmen. Dann auch gleich Seils mitnehmen. Dann können wir das Gespenst ausschließen oder nochmal ein paar Fotos machen. Wenn es uns lässt. Die gute Patricia. So. Nochmal hallo. Knochen haben wir auch wieder noch nicht gefunden. Mal oben gucken. Alles klar. Und noch eins rein in die gute Küche hier. Zack. Alles klar. Die Tür waren vier, ne? Ja. Okay. Okay. Äh. Das bleibt hier. Zwei Kruzifixe. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Lass die Tür auf. Zwei Kruzifixe liegen. Guck mal, wo die Aktivität geht runter. Ah. Guck mal, wo die Tür auf. aus. Ich will da nicht mehr reingehen. Ich habe ab jetzt offiziell überhaupt kein gutes Gefühl mehr. Fürs Protokoll ganz offiziell. Ab jetzt will ich da eigentlich nicht mehr reingehen. Das Licht ist schon wieder aus. Ich bin da den Generator ausgemacht. Hallo, hallo. Nix machen. Nur inhalieren. Keine Sachen. Dort sind wir Sachen geworfen hier auch. Messer fliegt auch schon. Teller fliegt. Beruhig dich mal. Wenn du irgendwas machst, dann mach doch mal die Tür auf. Mit Fingerabdrücker ob wir dabei sein können. Schuss mal hin. Raus, 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 raus. Ich gehe in dem Haus einfach kein Licht. Was nehmen wir jetzt mit rein? Wir nehmen jetzt noch hier das mit rein. Geräuchert haben wir. Müssen wir noch Bewegungssensor und dann müssen wir noch die Jagd auslösen. Ist ja gar kein Problem. Vor allem habe ich auch Räucherschäbchen vergessen. Wir haben nur noch einmal Räucherschäbchen dabei. Nee, das ist ja optional. Wir sollten die Option ziehen, nach Hause zu fahren. Hallo? Eins, zwei, drei. So. Äh, gib das her. Und schmeiß das weg. Gib das her. Da. So, jetzt lauf hier irgendwo rum. Keine weiteren Schritte. Muss aber jetzt noch nicht heißen, dass es ein Gespenst ist. Manchmal treten die auch rein und wie sie jetzt, dann hört man nichts. Weil, eigentlich hört man aus Gespenst laufen. Sie dann eben nur keine Abdrücke. Könnte aber schon für's Gespenst sprechen jetzt. Was macht denn das Gespenst noch? Lass mich mal raus hier. Lass mich mal raus hier. Was macht denn das Gespenst noch? Was Gespenst noch? Fingerabdrücke, äh, Gefriertemperatur und dann wird's nichts. Mit dem Gespenst. Nee, Dots. Oh, Dots. Dots, die Dots. Das ist super. Dann nehmen wir die mit rein. Mal ja hier. Eins, äh. Ja, bleibst du mal hier. Wir müssen das auch noch machen. Ich weiß nicht, ob wir da jetzt so... Wir gehen noch einmal so rein. Ein letztes Mal noch. So. Soll schon passieren. Jetzt hat er nur Sachen geworfen. Und überhaupt. Oh, 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 oh. Da. Jetzt müssen wir noch mal schnell gucken. Keine Abdrücke. Nee. Weil man hat sie rumlaufen hören. Keine Fußabdrücke. Wird das Gespenst sein. Müssen wir sie eigentlich gleich sehen. Komm. Die war so. Ich glaub, ich hab sie sogar schon grad laufen sehen da hinten. Patricia White, lauf da einmal durch. Muss das Gespenst sein. Lass die Tür auf, lass die Tür auf, lass die Tür auf. Aber wir haben keine... Die kann man auch in dem grünen Licht noch sehen, die Fußabdrücke, sage ich. Wir hatten keine. Okay, okay, okay. Jetzt dürfen wir eine, eine dürfen wir jetzt nehmen. Oh, oh, Moment. Hat sie versucht uns zu... Nee, zu jagen haben wir noch nicht. Wieso... Eine dürfen wir jetzt nehmen, um da noch mal rein zu gehen. Vigo-Sentoren anzubringen. Oder wir haben die Fußabdrücke jetzt doch nicht gesehen. Wegen dem grünen Licht. Wasser läuft. So. Geh dann mal einen hier hin. Wo hier hinten ist sie gar nicht rumgelaufen. Und einen hier hin. Nehmen die nochmal... Oh, 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 oh. Nehmen wir das nochmal hoch. Das ist da die Tür aufgemacht. Bringt uns nochmal... Da hast du nochmal durchgelaufen jetzt. Schnell geht nochmal die Lampe. Wo ist die? Ah, da. Hib her. Jetzt hat man sie nochmal laufen hören. Ne, ganz sicher. Keine Abdrücke. Ne, muss das Gespenst sein. Okay. Okay, da muss er eigentlich... Durch Bewegung ist ja sonst auf jeden Fall durchgelaufen. Dann müssen wir es eigentlich auch durch die Dots laufen sehen. So. Geh mal hier hin. Du kommst ab. Oh, hallo. Ganz ruhig. Du kommst ab. Wo ist denn der Fotoapparat? Da. Ne, das ist er nicht. Ich habe ihn rausgeschmissen, den Fotoapparat. Ja, ne. Okay. Fotoapparat ist draußen. Du kommst hier hin. Komisch, dass wir sie nicht durchlaufen sehen. Aber es ist auf jeden Fall das Gespenst. Wir haben keine Fußabdrücke jetzt. Ganz sicher nicht. Da. Da ist sie doch. Von hinter uns kommt sie angeflitzt. Raus, 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 raus. Okay. Äh. Gespenst. Alles klar. So, Bewegungssensoren haben wir auch. Jetzt müssen wir nur noch, nur noch Kruzi fixen. Aber in der großen Küche ist das so gefährlich, weil wir nicht wissen, von wo sie genau kommt. Und wir haben nur ein Räucherstäbchen dabei. Das wäre jetzt unsere letzte einzige Bewaffnung. Okay. Okay. Es geht schon los. Wir legen da erstmal... Nein, 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 nein. Komm her. Geh da hin. Ganz kurz nochmal raus. Fotoapparat holen. Da können wir vielleicht noch einmal ein Foto mal von den Sachen, die sie da jetzt rumwirft. Und vom Wasser. Komm mit. Ich will nochmal anmerken, es wäre eigentlich viel besser, wenn wir jetzt einfach gleich nach Hause fahren würden. Weil das mit der Yaki ist bestimmt sowieso schief. In der großen Küche. So. Batschuscha, wir kommen nochmal rein in deine Küche. Wie war das nochmal einmal? Da, wieder Lichtschalter nochmal. Kannst du nicht mehr, du hast den Generator schon ausgemacht. Brauchst du nicht auch noch Lichter ausmachen. Da, nochmal. Ist die aktiv, ist die aktiv. Ich bin da... Zu spät. Zündung. Ich hab sie angemacht, ich hab sie angemacht, ich hab sie angemacht. Die Reiche, die sind an, die sind an, die sind an. Geh nach Hause. Geh, 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 du bist schon zu Hause. Lass mich... Nein, der Schrank ist nicht... Nein! Oh Gott, ich höre sie, sie macht die Türen auf. Aber sie musste ja erstmal umdrehen, wegen den Räucherstäbchen. Ich hab gesagt, wir müssen nach Hause. Mach mal Licht an. Das nützt ja nichts, ich muss ja erst näher dran sein, dann sehen wir es ja gar nicht. Oh, ich glaub, der Funk geht. Wir können raus. Oh, okay. Oh, da macht sie genau die Tür zu. Geht auf, geht auf, geht auf, geht raus. Wir haben kein Räucherschiebchen mehr. Können keine Jagd mehr provozieren. Sie ist auch nicht drüber gestolpert. Keine Ahnung, wo die hergekommen ist. Ist auch egal. Alles klar, wir haben aber sonst alles. Und wir haben einiges an Fotos ja doch gemacht. Naja, zwei. Immerhin, zwei Fotos. Aber ihr wisst, welcher Geist es ist. Wir haben alles rausgefunden. Das ist auch gut. Wir haben jetzt auch keine Räucherschiebchen mehr. Alles klar. Wir haben es versucht. Eine Jagd haben wir ausgelöst. Abfahrt. Fahrer, wir sind fertig. Wir sind fertig für zwei Tage. Fahr mal los. So. Eingetragen haben wir alles, ne? Ja, ich hab Gespenst eingetragen. Ja, ja, Gespenst hab ich eingetragen. Alles klar. So. Das war das Gespenst. 135 Dollar verdient. Warum? Wir haben... Ach, die dritte Aufgabe uns gefehlt, ne? Und Knochenbeweis, nicht? Na gut. Aber egal. Geht trotzdem. 130 Erfahrungspunkte ist ja immer nicht so wichtig. Wir waren sechs Minuten Licht, acht Minuten im Dunkeln, vier Minuten in der Geisterküche von Patricia, neun Minuten im Haus, viertel Stunde auf der Jagd. Wir hatten... Das war keine Jagd. Das war wieder ein Geisterereignis. Kam mir vor wie eine Jagd. Okay, wir hatten ein Geisterereignis, null Geisterjagden und 40 Geisterinteraktionen, weil Patricia in der Küche alles rumgeworfen hat, was sie finden konnte. Ja, lieben, war auf jeden Fall wieder ordentlich was los auf unserer Jagd. Wie immer sage ich vielen, vielen Dank fürs dabei gewesen sein, fürs Mitjagen. Wenn euch diese Geisterjagden gefallen, würde mich riesig über den Kommentaren einen Daumen nach oben, wenn ihr zu gut gerne mehr sehen wollt. Lasst ein Abo, da habe ich mich lieber allermeisten freundlich. Bleibt mir zu sagen, wie immer, ihr Lieben, bleibt gesund und tschüss und bis zur nächsten Geisterjagd.